Welche Probleme betreffen den Knieknorpel? Obwohl Knorpel in der Regel sowohl zäh als auch flexibel ist, kann er sich abnutzen und Schäden erleiden, was zu Schmerzen und zum Verlust der Beweglichkeit im Kniebereich führt. Zu den Problemen, die den Knorpel betreffen können, gehören Degeneration und Zerreißen. In einigen Fällen kann ein Teil des Knieknorpels einer Person sogar abbrechen und Schmerzen und Schwellungen verursachen. Ein Problem, das den Knorpel betreffen kann, ist das Reißen des Meniskus einer Person. Der Meniskus ist ein Knorpelpolster, das dazu beiträgt, die richtige Gewichtsverteilung und Stabilität über das Knie einer Person aufrecht zu erhalten. Jedes Knie hat zwei davon. Der mediale Meniskus befindet sich innerhalb des Knies, während sich der laterale Meniskus am äußeren Teil des Knies einer Person befindet. Der C-förmige Meniskus kann entweder aufgrund einer Knieverletzung oder aufgrund eines degenerativen Zustands beschädigt werden. Oft reißt der Meniskus, während eine Person an einer sportlichen Aktivität beteiligt ist, und verdreht versehentlich das Knie, während gleichzeitig sein gesamtes Gewicht auf das betroffene Bein gelegt wird. Diese Verletzung kann schmerzhaft sein, kann aber mit Schmerzmitteln, Röhre und Vereisung des Knies behandelt werden. In schweren Fällen kann eine Operation erforderlich sein. Manchmal leidet der Meniskus an einer altersbedingten Degeneration. Mit zunehmendem Alter kann der Knicknorpel abnutzen und brüchig werden. In diesem Fall ist es möglicherweise einfacher, einen Meniskusriss zu erleiden. Ein Riss im Zusammenhang mit Knorpeldegeneration kann auch mit Ruhe, Eis und Medikamenten behandelt werden, um den Tragekomfort aufrecht zu erhalten. Ein Arzt kann auch eine Operation bei ernsthaften Tränen empfehlen. In einigen Fällen betreffen Knorpelprobleme den Knorpel an den Enden der Knochenknochen. Beispielsweise kann eine Person eine Arthritis des Knies entwickeln, eine degenerative Erkrankung, die durch die allmähliche Abnutzung des Knorpels in diesem Bereich gekennzeichnet ist. Arthrosa ist eine häufige Art von Kniearthritis. Arthrosa ist durch die allmähliche Abnutzung des Knorpels gekennzeichnet. Im Laufe der Zeit und mit der langen Nutzungsdauer, die mit dem Alter einhergeht, kann sich der Knorpel langsam verschlechtern. In diesem Fall werden die Knochen der Gelenke nach und nach freigelegt und beginnen, sich aneinander zu reiben. Die Folge sind Schmerzen, Schwellungen, Knarrgeräusche, Steifheit und eingeschränkte Beweglichkeit. Die Behandlung kann Medikamente, Gewichtsverlust und Physiotherapie umfassen. In schweren Fällen können sich Patienten für eine Operation am Knieersatz entscheiden. Osteoarthritis tritt am häufigsten bei älteren Menschen auf. Obwohl es ein Symptom des Alterns zu sein scheint, ist es auch wahrscheinlicher, dass es sich bei übergewichtigen Menschen entwickelt. Eine Person kann es wahrscheinlicher entwickeln, wenn es auch in ihrer Familie eine Vorgeschichte der Erkrankung gibt. Arthrose kann sich von selbst entwickeln, aber traumatische Verletzungen des Knies, einschließlich der Verletzungen des Meniskus und der Bänder, können zu seiner Entwicklung und Progression beitragen. Frakturen in der Nähe des Kniegelenks können ebenfalls helfen.